Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 895 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.